Tschüss Mama! So fährst du aber nicht. Wieso? Wo sind dein Fahrradhelmen? Hab ich gestern in der Schule vergessen. In der Schule vergessen? Sag mal, Fräulein, geht's noch? Ich hab dir oft genug gesagt, wie gefährlich das ist. Ohne Helm fährst du mir auf keinen Fall Fahrrad. Was da alles passieren kann? Warte bitte kurz. So, jetzt kannst du los. Steht hier. Und tritt in die Pedale. Wegen der Wespen. Tschüss!